hallo und herzlich willkommen zur neuen let's play für ein möglich spiel nordic ashes survivors auf ragnarok ein roguelike spiel erschienen mitte dezember ich glaube für 499 müsst ihr mich jetzt täuschen ja wir sind noch im early access hier diesmal aber auch mit wikinger coole grafik gefällt mir schauen wir uns das ganze mal an wenn wir jetzt mal auf ektrasil hier gehen können wir natürlich uns schon ein paar ein paar anfangs bonus hier beim start schon holen wie gesagt wir haben jetzt zum beispiel hier schon den bereich auf level 2 unsere angriffsgeschwindigkeit auf level 2 dann haben wir unsere abkling zeit level 1 und sein schaden auf level 1 was haben wir noch unser schöner start plus ein level punkt dann haben unsere erfahrung plus zehn prozent und das war es erstmal könnt ihr euch holen mit diesen blättern die ihr natürlich durch boss kämpfe also müsst euch mal hier unten rein schauen dass jeder das hier für was ihr denn diese blätter hier bekommt besiege den scavenger könig in midgard halbert der zerstörer in midgard oder lord ragnar in midgard damals zum beispiel vier blätter bekommen ja mit den blättern könnt ihr kaufen ihr seht ja wie viele blätter ihr braucht oder ihr sammelt euch samen und dann könnt ihr das umwandeln in ein blatt müsst ihr aber so sagen wenn ihr das allererste mal das spielt braucht ihr fünf samen um das umzuwandeln wenn ihr das umwandelt braucht daran sehen dann 15 also immer fünf mehr so da können wir umwandeln hätten wir zwei blätter was könnten wir uns mit zwei blättern den holen da schon mal gar nichts eine mini karte gibt's beginne das spiel mit fünf gold ok da brauchen wir natürlich immer drei blätter das werden wir jetzt mal nehmen hier jedes mal wenn ihr gold aus einer beliebigen quelle erhaltet habt ihr eine chance von also zusätzliches gold zu erhalten das könnten wir eigentlich mal machen so das ist ja noch gesperrt das ist auch gesperrt ja wir nehmen jetzt mal hier das gold dazu eine zehnprozentige chance hier ja dann schauen wir uns mal die charaktere an wir haben axel dörr wir haben thürer freigeschaltet weil wir mit ihm midgard erobert haben erscheinungsbild können wir ändern wir müssen aber dazu sieben hier erobern egal welche egal welcher schwierigkeitsgrad damit wir dies dieses erscheinungsbild von ihm hier erwähnen können ihr seht auch da schauen auch die waffen ganz anders aus so wir werden mit ihm spielen würde ich sagen wir fangen jetzt erstmal mit dem charakter an damit er die natürlich auch seht werden nach midgard gehen ihr seht ich habe momentan diese zwei die frage ist natürlich weil hier steht demnächst verfügbar ich denke diese orte gibt es noch gar nicht also die werden jetzt erstmal noch kommen habe erwähnt wir sind early access und werden hier mal nach midgard gehen so da ich einmal auf normal durchgespielt habe hätten wir diesen harten modus ihr seht wir bekommen hier auf jeden fall schon mal zwei blätter also wir werden mehr blätter bekommen aber ich denke zwei für den ersten boss vielleicht und plus 60 prozent von diesen samen ich kann euch jetzt gar nicht mehr sagen wie viel sammeln wir auf normal bekommen sind es nur ein paar vereinzelte ich weiß es nicht werden wir werden jetzt auf jeden fall sowieso normal spielen damit ihr das mal seht ich möchte jetzt eigentlich nicht gleich hier fahrt hier drauf gehen so schaut euch das an grafik also mir gefällt es wirklich sehr gut kisten map ist verdammt groß ich war noch nie am ende ich glaube die ist unendlich und es ist wirklich gut wenn ihr euch auch mal hier herum bewegt hier gibt es kisten mit gold oder verschiedenen sachen oder auch so spezial gegenden wo er zum beispiel jetzt so und so viel kiss braucht damit er diesen gegenstand und freischaltet oder wo er was mit 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 gold kaufen müsst also zum beispiel da gibt es auch ein gebiet ich hoffe mal wir wir sehen das hier noch wo man zum beispiel sagen wir bräuchten jetzt 15 gold dann kriegen wir hier eine ruhe was haben wir jetzt wir haben vier level punkte wir werden in die ins upgrade gleich reingehen ich werde jetzt am anfang immer mal ein bisschen spielen oder ist einer wenn wir den killen steigen wir gleich mehrere level auf aber wir müssen natürlich aufpassen der hat säure dabei oleg da habe ich den zunar mich anklassen so kommen da haben wir müssen auf jeden fall mal unseren schaden hier ein bisschen hochhauen jetzt muss ich mal schauen wie komme ich da rein ich spiele mit dem controller das habe ich natürlich noch nicht gemacht auf tastatur ist abtaste das weiß ich aber wie ich jetzt hier mit dem controller reinkommen weiß ich jetzt gar nicht ist es jetzt mal gar nicht so schlimm okay wir haben hier ist es ja so wir gehen jetzt zum beispiel das erste mal von zerschwert wir können ja auf zehn level hier hochhauen und ihr seht ja wenn wir die erste verbesserung machen würden hätten wir die abklingzeit und den bereich wir können natürlich neu würfeln dann würde sich das hier auf random also ungewiss ihr wisst nicht was als nächstes kommt würde sich das würfeln vielleicht habt ihr jetzt zum beispiel dann glück und ihr würfelt und es kommt auf schaden und projektile projektile ist natürlich wichtig weil dann desto mehr projektile desto mehr feinde kann angreifen wir werden jetzt mal ein upgrade machen auf abklingzeit und bereich so jetzt springt er auf schaden und bereich gute werden natürlich die projektile für uns schauen jetzt müssen wir aber mal würfeln wir wollen projektile haben weil was bringt uns zum beispiel wenn wir level 10 sind und wir haben zwei projektile ist wäre natürlich ein bisschen blöd kostet uns aber dafür einen punkt ja so dann haben wir hier noch unser upgrade den schaden dann nehmen wir mal den letzten punkt hier noch dazu man sieht schon jetzt wird schon ein bisschen besser hier schaut euch schon besser aus haben wir wieder den hier mit mit der säure den wollen wir haben so diesmal bekommen wir gar keinen hier level aufstieg sondern eine truhe wo ich hänge fest das sind immer immer so sachen ab und zu bleibe ich wirklich hier immer in diesen bäumen oder wo hängen bin ich mal gespannt was wir jetzt hier bekommen also wir haben abklingzeit schaden und wir nehmen projektile jetzt ist es mir dann ehrlich gesagt auch egal ob ihr unser nächstes upgrade dann auf schaden oder sonst was geht jetzt wird es mal wieder dass man hier ein halltrank bekommen kiste nehmen mit gold da ist ein halltrank den wollen wir haben heiltrank ist es auch so kleine flasche halbes herz große flasche ganzes herz so 14 punkte zum ausgeben das werden wir jetzt dann gleich machen so hier ist es zum beispiel also ihr seht fügt einen leeren roten herz container zu kostet fünf gold den werden wir uns holen der wird von selber aktiviert also ihr müsst hier nicht noch irgendwas einstellen wenn wir also x was wenn wir auf x gehen oder meint der herz container genau der wird nämlich hier oben angezeigt so also wir haben jetzt schaden und projektile werden wir uns upgraden machen abklingzeit damit er schnell angreift schaden projektile jetzt haben wir unseren bereich noch und schaden bereich perfekt auf legendär wir sind hier auf max also wir haben jetzt den schaden von 50 bis 56 abklingzeit von einer sekunde 08 angriffsgeschwindigkeit 0,23 also angriff ist es eigentlich schnell sieben projektile und bereich ist oft einmal 2,7 das werden wir jetzt gleich sehen so wir haben ja nichts mehr an unseren punkten soll jetzt jeder bereich ist schon verdammt groß angriffsgeschwindigkeit auch viel sondern ihr seht ihr an dem projektin er schlägt jetzt genau sieben mal zu oder kommen die neuen er der verschnellert hier seine mitstreiter da haben wir wieder einen samen bekommen so jetzt werden wir uns mal auf der karte hier ein bisschen bewegen mal schauen was wir hier sonst noch alles so finden wir müssen ja nicht alles einsammeln da haben wir kisten die sind wichtig für uns manchmal ist natürlich auch nichts drin oh was ist denn das feines jetzt muss ich mal gucken können wir da einsehen ich bei manchen sachen sehen wir nämlich nicht was es sein soll so wir haben drei punkte dann werden wir da haben unseren perserker modus ihr seht schon abklingzeit das ist dann alles erhöht wir greifen dann auch so schnell an abklingzeit plus 50 prozent und angriffsgeschwindigkeit 60 prozent also der angriff findet sehr sehr schnell statt kostet drei punkte wir machen jetzt erstmal den schaden hier so gibt es hier noch irgendwo kisten ich wollte euch haben wir auch so einen bereich zeigen wo wir jetzt das war knapp zum beispiel ihr müsst jetzt hier 100 gegner töten damit dann das upgrade in diesem bereich freigeschaltet wird ok da können wir wieder was kaufen plus 25 gold also wir wir kaufen für 15 gold 25 gold sehr cool ich hasse diese feder viel jetzt kommt aber auch gleich der boss so zum beispiel wie hier also wir brauchen 100 gegner und dass wir dann die diesen köder hier bekommen aber das muss hier im kreis stattfinden ja aber ganz ehrlich mit diesem bereich und schaden geht es eigentlich ruckzuck so jetzt haben wir es ja gleich und der boss kommt ich hoffe mal wir kriegen sie ja vorher noch hin ja da haben wir es so hier ist der köder die gegner werden jetzt hier hingehen die loggen werden hier angelockt dann können wir in aller ruhe hier die leute zerstückeln da haben wir einen heil dran den können wir brauchen weil dann sind unsere herzen wieder voll gold für uns so jetzt werden wir mal schnell hier unsere upgrade machen acht punkte wir werden jetzt perserker nehmen und bewegungsgeschwindigkeit dass wir hier mal ein bisschen schneller werden so jetzt haben wir diesen perserker modus ich weiß jetzt gar nicht für wie viele sekunden der anhält so hier wenn wir reingehen bekommen hat bekommen wir natürlich schaden ja da müsst ihr euch dann gut überlegen wollte dieses gadget haben oder nicht ich hänge schon wieder fest also perserker modus ist schon cool ja zieht sich hier gar keiner bei meinem köder an oder kommt da der scavenger könig wir sollten aber eigentlich hier eine sehr gute chance haben ja locker schaut euch mal unseren schaden an wie wir den hier runter hauen da haben wir schon okay wir kommen jetzt zu glück hier rein ihm gefällt es halt wenn wir hier paar sachen kaufen so bewegungsgeschwindigkeit plus 20 prozent das flinke ach so das sind die flinken stiefel was war dieser ring nochmal das kostet zehn goldstücke dann haben wir hier erhöht die reichweite der anziehkraft um was ist denn das hier was ist denn das da jetzt werden wir erstmal das hier nehmen so bewegungsgeschwindigkeit wo die wut ach so oder bekommen wir was neues schade okay das ist natürlich blöd das können wir uns jetzt nicht mehr leisten ja dann können wir hier eigentlich gehen aber wir sehen wenigstens schon mal ein bisschen schneller das kommen auch die neuen gegner okay wir haben schon wieder elf punkte zum ausgeben und wir kommen nach jedem boss hier zu unserem händler so hier brauchen wir 350 das zieht sich natürlich jetzt ein bisschen ach die hätten natürlich hier drin sein müssen dann hätten wir einen haufen auf einmal hier zerlegt so jetzt warte mal wir werden jetzt erstmal punkte ausgeben dann haben wir angriffsgeschwindigkeit die werden wir erhöhen und da haben wir unsere donnerrüstung die blitze hier verteilt jetzt machen wir die so jetzt warte mal ich habe jetzt gar nicht auf würfeln bereich abklingzeit schaden wo haben jetzt noch irgendwo wo wir einen punkt hier ausgeben können dann haben wir upgrade verbrennung schaden ach so ja das wäre natürlich gut für die stiefel bei dessen lässt nämlich feuer hinter uns das werden wir jetzt mal hier dazu nehmen so der serker modus kommt rein ja na ist es schon wieder rum der ist gelähmt kommt rein kommt rein kommt rein ihr müsst natürlich jetzt ein bisschen aufpassen weil die gegner nämlich auch gelähmt werden ja dann denke ich immer die sind schon tot obwohl die nur gelähmt sind dann laufe ich weiter und dann laufe ich voll in die rein jetzt wird es eng eine halbe herzen noch so wir haben den jetzt werden wir auf jeden fall mal weiter gehen ich brauche herzen sehr gut der serker modus da müsste mein schaden doch ein bisschen weiter mehr sein hohoho komm lass mir bitte hier in den hall dran oder was dabei wieder jetzt wird es natürlich zeit dass wir herzen bekommen da ist ein hall dran mal schauen dass wir hier ein bisschen raus kommen und der nächste nein der hall dran warum sonst jetzt warte mal wir brauchen schaden so 3 dann sind wir hier schon mal auf max also ich brauche auf jeden fall noch high tränke das sage ich euch bevor der nächste boss kommt da ist einer der nächste boss kommt nämlich gleich 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 es gibt es gibt keinen halltrank hier und die nächsten gegner kommen schon da ist einer sogar ein ganzes herz sehr cool zusammen für mich gut da haben wir gold so warte mal lassen wir mal schnell punkte ausgeben da haben wir angriffsgeschwindigkeit zwei punkte a bewegung werden wir jetzt machen geben dass man da nur einen punkte auf so warte mal wir haben ja die verbrennung noch jetzt jeder schon da wird jetzt hinter unserer bewegung kommt bleibt feuer wir müssen hier raus da hätten wir einen stein als schaden glaube ich ist ja so sehr gut oh hallwart der zerstörer naja müsst ihr müsst halt so dazu sagen ja die anderen bleiben ja bleiben ja trotzdem noch hier das heißt ja nicht dass die weg sind so komm her zu mir ach mit dem gadget verschwinden die anderen komm 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 hauen runter die hälfte haben wir schon nein krass 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 ich hoffe natürlich dass ich den den ran auch mit mit euch hier durch krieg gleich 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 ah schon wieder oh wir haben nun besiegt sehr gut jetzt warten wir mal gucken wir haben 43 gold fügt einen vollen oh einen roten vollen herzcontainer hinzu nice dann fügt zwei lehrt oh ja cool neue errungenschaft sehr cool okay dann können wir ähm das können wir nehmen wenn wir sehen oh wir brauchen was da wird ein herzcontainer aufgefüllt das nehmen wir noch so dann holen wir uns einen neuen gegenstand und da haben wir schießen sie pfeile 35 prozent schaden solange du nur ein rotes herz nah das wollen wir versuchen dass wir das nicht haben hey den bogen hatte ich noch nie aber kann er den dann verwenden ja normalerweise schon wenn er den kriegt cool hatte ich wirklich noch nie tja ich habe jetzt leider kein geld mehr für dich ja so äh das können wir auf jeden fall gleich mal auffüllen dann haben wir hier das neue der ist sehr cool mit dem bogen boah so viel gesundheitstränke ich will natürlich auf jeden fall schauen dass wir den letzten boss hier durchkriegen für euch da haben wir ein achso na okay da müssen wir uns natürlich erstmal schlau machen für was sind diese ganzen fähigkeiten ja herzen sind auf jeden fall so gut wie voll ich habe natürlich jetzt mein herz ausgegeben das ist blöd also stehen bleiben könnt ihr jetzt auf jeden fall nicht mehr das ist ja klar aber ihr seht schon die map ist wirklich unendlich das will ich eigentlich vermeiden nein achso wir haben ja upgrades habe ich schon wieder vergessen so wir haben upgrades jetzt warte mal wir haben hier geschossgeschwindigkeit werden wir nehmen wie gesagt den bogen hatte ich noch nie äh schaden bereich werden wir mal würfeln da haben wir dauer da haben wir im bereich so verbrennungsschaden angriffsgeschwindigkeit werden wir nehmen und da werden wir auf donnerrüstung gehen okay da haben wir das hier wieder können die gegner mal schnell alle verschwinden lassen alter die werden immer schneller ich nehme jetzt so viel schaden hier die hälfte haben wir gerade mal geschafft bevor der end was hier kommt heiltränke heiltränke brauche ich da kommen solche gegner harten das ist der wahnsinn da da mein herz das werden wir jetzt noch nicht nehmen jetzt erwähnt sich stark nein 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 ja perfekt wir kommen durch wir kommen durch das gute beim endboss sind natürlich hier die ganzen kreaturen nicht dabei die herumlaufen weil ich glaube das wäre schon sehr sehr bitter so upgrade wir haben drei punkte bewegungsgeschwindigkeit ich denke wir werden die nehmen dass man hier jetzt immer hier wenigstens auf max nein jungs wir werden diesen endboss wir werden zum endboss auf jeden fall kommen keine keine sorge gleich sind wir bei ihm oh habe ich den heiltrank bekommen nein oh da ist er so Leute schaut euch das an wir haben 1 2 3 4 4 1 halb herzen eins können wir auffüllen lassen von daher denke ich werden wir sehr gut laufen schaut euch den schaden an den wir hier machen da müssen wir natürlich aufpassen dass wir hier nicht reintatschen ja komm den schaffen wir schon ja komm den schaffen wir schon da schön stehen bleiben kriegen wir hin also ich finde den endboss auf jeden fall leichter wie die anderen weil die eigentlich nur ganz ganz wenig von den anderen gegnern hier dabei haben passiert so gleich haben wir und wir haben eigentlich sehr gut gespielt so und da ist er dauernde gute kerl so erobert wir haben mit gerade erobert freigeschaltet haben wir die helga so warte mal wir sind gekommen level 73 ok haben nicht mal eine halbe stunde gebraucht es geht 3777 getötet das kann man gar nicht glauben dass das so viele kommen so screenshot brauchen wir keinen machen also ihr seht wir hatten ja unser schwert hatten wir auf max das einzige an der waffe das wäre auf max hatten jetzt gehen wir auf weiter was wir hier freigeschaltet haben jetzt gehen wir trotzdem mal schnell hier rein ja also ist ja klar blätter kriegen wir keine mehr wir haben sie schon mal abgeschlossen wir haben gesammelt was hatten wir vorhin jetzt habe ich gar nicht geschaut wie viele samen hatten wir wir hatten ja was ausgegeben aber ich glaube da ging es auf null aus 30 samen auf jeden fall gesammelt also ihr seht schon es dauert dann immer ein bisschen bis wir hier eine neue fähigkeit freischalten können ah da haben wir die helga wie schauen die erscheinungsbild aus und von der türer überhaupt sehr cool für jedes halbe rote herz das du er höchst was achso für jedes halbe rote herz das du hast erhöhen sich deine werte der wert hängt von der aktuellen tierkreis rune ab das ist dann eigentlich eine äh zauberin bin ich mal gespannt die türer hat ja bogen eigentlich aber ich glaube mit ihr ist es mit dem bogen am einfachsten zu spielen müssen wir mal gucken ich habe bis jetzt nur ein einziges mal diesen bogen nur mal ganz kurz rein gespielt ich glaube deswegen sind auch hier die fragezeichen weil das heißt es ist noch nicht gespielt worden und was ich natürlich hoffe dass noch mehr helden dazu kommen das schaut auch gut aus ja bin ich gespannt bin ich gespannt und alfheim habe ich zum beispiel noch nie gespielt ich wollte jetzt immer mit gar drin ich wollte ja auch sammeln sammeln damit ich hier meine fähigkeiten hochpumpen kann ok was haltet ihr vom spiel schreibt mir doch mal gerne in die kommentare ich finde super vor allem die grafik schon cool aus ähm ja ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe natürlich dass ihr weiterhin dabei bleiben werdet und sagt tschüss bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.